So, Trill, Trall, Trull, alle da, willkommen zurück bei Tomb Raider, weiter geht's, ja, hier kommt zwar gerade gefährliche Musik, aber ich weiß nicht warum und wieso überhaupt, gut, wir machen weiter, wir holen noch das eine Münzversteck aus der letzten Folge, was nochmal ein bisschen weiter weg war, da müssen wir nochmal hinrennen, wahrscheinlich weil das Wetter heute so ein bisschen, aber es sieht ganz geil aus, ne, mit dem Regen und Tralala und oder das war einfach vom Wasserfall, das kann auch sein, hui, halt, ich glaube, wir könnten mittlerweile das Versteck, ach, das Versteck, ich bin doof, das antike Set zusammenbauen, hui, war letztlich nicht, genau hier im überfluteten Archiv, da ist noch ein letztes Münzversteck, dann hätten wir das, zumindest als erstes mittelgroßes Gebiet, komplett erledigt, da unten, ja, für mich aus, okay, dezente Probleme beim Abtauchen, ich hab nur das Gefühl, ich entf... ach, ne, da ist es schon Da hinten drin, ey, ich war doch hier, wir sind doch, als ich hier das erste Mal lang bin, bin ich doch hier raus und hab hier geguckt, ob hier was ist, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich hier bei der Stelle rausgeklettert bin, kann man die nur finden, wenn man die freigeschaltet hat? 25 Münzen, da immerhin, ja, jetzt ist die Frage, gehen wir zurück, oder hin wie her eigentlich, können auch ja, das ist eigentlich wurscht, äh, zu welchem Basislager wir jetzt gehen und uns dann teleportieren, wir müssen, hm, ich glaub, die sind beide weit, gleich weit voneinander entfernt, nehmen wir nochmal den Weg auf uns, den kennen wir ja nun schon, ich will das auch nicht alles zusammen cutten, hm, hätt ich zwar machen können, dass ich dann einfach zu den Sachen hinrenne, die uns noch fehlen, das dann alles so zusammen cutten, aber ich will das, ja, im Spielfluss alles als Aufnahmen haben und nicht dann bloß immer, wenn ich dann irgendwo davor stehe und wo, wo wir dann noch was einsammeln können, sondern schön die komplette Geschichte. Was? Achso. So, und einmal rutschen. Hui. Ich hätte hier auch wahnsinnig gern, hätte ich schon bei Uncharted 4 gern gemacht, oder bei diesem neuen, bei diesem Lost Legacy mit den beiden Damen, hätte ich auch gern als Let's Play gezockt, aber ich habe leider keine, 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 keine Elgato oder sowas, womit ich von der Playstation aufnehmen kann, muss ich mir mal irgendwie zulegen, weil da hätte ich schon Bock drauf. Es gibt auch auf der Playstation ein paar Spiele, die ich gern mit dabei hätte. Gerade halt die Uncharted 3. Uh, halte ich mal fest, das war halt doof. Uncharted 4 war so super, oh, ich habe das geliebt. Auch die anderen Uncharted Teile, 1, 2, 3. Vor allem wie sie sich halt wirklich gesteigert haben von Teil zu Teil und auch Uncharted 4, hätte ich nicht gedacht, dass die den dritten Teil nochmal toppen können. Geschichte oder von Astoria fand ich den dritten zwar besser, aber alleine von der Grafikpracht her war Uncharted 4 oder ist Uncharted 4 einfach ein richtig, richtig geniales Spiel. Also, das muss erstmal einer nachmachen. Sieht wirklich fantastisch aus. So. Habt ihr nicht so Lager? Die 5 Meter oder was das waren. So. Dann sind wir auch schon beim Lagerfeuer und können weiter suchen. Das war eine Aktion der letzten Folge da hinten mit dem da hochkommen. So. Also, hier oben ist alles erledigt. Hier unten gibt es noch einiges zu tun und zwar vier Herausforderungen halt noch, aber der Rest sieht ganz gut aus. Drei Überlebensverstecke und zwei Münzverstecke nämlich bloß noch. So. Gehen wir mal da hoch. Da oben gibt es nämlich auch noch einiges. Zumindest gibt es auch da mehr Lagerfeuer, wo wir dann immer mal hingehen können. So. 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 Moment. Duschen wieder. Warte mal, was habe ich denn für Pfeile drin? Oh Mann, wieso wechselt das Spiel immer automatisch meine Pfeile? Da könnte ich ja kotzen. Nimm doch mal meine Lieblingspfeile-Spiel. So, komm mal her, Tigerchen. Nehme ich dich halt nochmal mit. Okay, der hat nicht gesessen. Gott sei Dank. Aber die Takte geht nach wie vor auf. So, zu dem Versteck müssen wir irgendwie kommen. Ich glaube, da kommen wir von... Na, da kommen wir von der Seite. Kommen wir da ran? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Aber gut, zu wissen, dass die Tierchen wiederkommen, falls man da nochmal irgendwie was braucht. Oder doch. Locker kommt sie da ran. Lass dich mal fallen. Alles gut, Lara. Hier waren auch ein paar Gegner. Achso. Wir können ja nochmal nach der antiken Kleidung schauen, dass wir die eventuell herstellen können in einem Lagerfeuer. Das müsste machbar sein. Ach, hier sind auch Kürbisse. Stimmt, hier war ja noch was. Ach, guck mal. Mit Kürbisse. Kürbisse werfen war das. Reicht das, wenn ich die irgendwo hinwerfe? Nee, das war klar. Stimmt. Okay, hier sind zumindest die Kürbisse. Ich hätte die eigentlich woanders nochmal vermutet. Nämlich eher... Äh... Warte mal. Ja doch, eher hier unten irgendwo. Okay, aber... Wo sollen die Kürbisse hingebracht werden? Ich kann da nicht nochmal drauf gehen. Kürbisse werfen. Kürbisse werfen. Ich weiß auch nicht, ob... Ob Kürbisse werfen irgendwo eine Sportart ist. Kürbisse werfen. Oder sollen die einfach bloß kaputt gehen? Weiß es nicht. Der geht aber auch nicht kaputt, ne? Soll ich die irgendwie kaputt hauen? Kürbisse werfen. Also... Nur einen minimalen Funken an Informationen hätte ich mir da gewünscht. Ich weiß, dass ich weiß, was es mit diesem ominösen Kürbiswerfen auf sich hat. Hä? Einfach da rüber werfen oder was? Ach, warte mal. Ich die vielleicht hier dagegen werfe. Aber die Kiste hier nicht, oder? Das... Ich meine, das wäre... Ich werde jetzt da oben liegen. Das wäre ja albern. Ne. Die hatten wir erst geöffnet. Ha. Kürbiswerfen. Tja. Da ist noch jemand. Da rein? Auch nicht. So. Können wir mal testen, ob vielleicht Gegner damit gemeint sind. Ich wüsste jetzt aber nicht. Lass den mal kurz los. Nimm das hier mal noch mit. Achso. Gut. Das haben wir mittlerweile wieder voll. Händrin oder was? Der hat fast den ganzen Trupp unter dem Turm verloren. Croft hat jede Möglichkeit, Informationen von den Anheimischen zu bekommen, zerstört. Wer hat jemand in der Zeit? Sie sind hier. Eingriff. Ich habe keine Ahnung, was mit Kürbiswerfen gemeint ist. Überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, was mit Kürbiswerfen gemeint ist. Ich habe keine Ahnung, was mit Kürbiswerfen gemeint ist. Oh. Hier Mäuschen. Ach shit. Huch. Haha. Noch mehr? Ach, tatsächlich. Ja. Ja. Da ist noch ein Dokument. Irgendwo. Da oben. Da oben ist noch ein Dokument. Okay. Dann müssen wir hier nochmal zurück. Hier waren sogar noch ein paar Gegner. Oder das sind vielleicht wieder welche, die immer mal wieder kommen. Aber, ach, das ist, das ist wirklich, also das ist ganz schön gemein mit dem Kürbiswerfen. Wie komme ich denn da hin? Einmal hier rum. Dass es dafür halt null Info gibt, was ich damit mache. So, wer sagt das auch nichts, falls das irgendwas Bekanntes sein soll? Ja, keine Ahnung. Habe ich noch, noch nie von gehört. Es ist fast ein Jahrzehnt her, dass wir Kitesch verloren haben. In den ersten Jahren dachte ich, wir würden sterben. Wir sind die Verbliebenen eines einst großen Volkes, aber wir überlebten. Der Kampf wurde zur zweiten Natur und dann zur Lebensweise. Unsere Zahl verringert sich nicht mehr. Wir werden vielleicht nie wieder groß, aber wir überleben. Diesen Winter und den nächsten. Ich weiß es. Denn Gott gab uns ein Zeichen. Letzte Nacht kam ein Wilder in unser Camp. Abgemagert und von Fieber geschüttelt. Wir gaben ihm Essen, schnitten seinen Bart und säuberten seine Wunden. Die anderen erkennen ihn noch nicht. Es ist zu lange her. Aber ich kenne ihn. Der Prophet. Der Prophet ist zurückgekehrt. Ja. Ein Überlebensversteck gibt es ja noch irgendwo da unten. Okay. Gut. Ja, dann müssten wir halt nur noch die ganzen Relikte... Achso, ja, 13 von 13. Ich dachte gerade 13 von 33. Nee, das war dann schon die Spalte drunter. Ja, das eine Überlebensversteck noch und dann noch die anderen vier Aufgaben. Unter anderem Kürbisse schmeißen. Tja. Aber was es damit auf sich hat, also... Ich überlege jetzt einfach mal so ein bisschen die ganze Zeit, was man da machen könnte. Halt dich fest. Immerhin wissen wir, wo wir die herbekommen. Ist ja schon mal was. Wann komme ich da jetzt... Achso, hier liegt auch noch wieder Zeug rum. Na ja, gut. Gibt sogar noch eine Kiste. Ich meine, da war ja auch nichts, dass ich die irgendwo... Wahrscheinlich muss ich die schon irgendwo reinwerfen oder... Oder soll ich die wirklich werfen, dass die irgendwie kaputt gehen, aber... Ich habe keine Ahnung. Hoch. Das wollte ich nicht. Komm ich da hoch? Wieso wird mich nichts angezeigt? Doch. Hätte ja ausnahmsweise mal klappen können. Ja, ich freu mich. so das müsste hier sein genau gut dann links von uns hatte ich gerade schon gesehen die kiste noch mal gespannt was da noch drin ist fehlt uns noch irgendwas habe ich gar nicht gesehen ach ja endlich endlich an was teil 2 von 4 hier sogar noch im lagen im basis lager ich gehe kaputt das hat wohl jemand ich wüsste zwar nicht mehr aber irgendjemand hat übersehen halt da mach platz ich will doch noch mal nach der kleidung schauen verdientlich mal antike vorhut ja die können wir bauen sehr schön können wir vielleicht noch eine andere bauen ach so man kann ja auch vorschau machen da fehlt noch ein bisschen stoff was könnten wir denn noch bauen unsterbliche wächterrüstung auch die können wir noch bauen irgendwie sibirischer waldhüter fehlt noch ein wildschwein noch 30 mal stoff bloß noch die zwei die drei nachtschatten fehlt noch hatte ich tatsächlich noch was übersehen hier meine güte doch mehr als ich wirklich gedacht hätte hätte ich nicht gedacht also hätte ich ja da ist doch mal ein münzversteck moment herausforderung geschafft hier gibt es eine herausforderung abgeschnitten 0 von 6 funkgeräte zerstört stimmt doch doch da macht sogar klick ich erinnere mich da wurde mal was angezeigt von funkgeräten ach guck mal da geht es irgendwie hoch aber ich hatte da direkt nicht drauf geachtet okay von der seite nicht funkgeräte abschneiden sind das die auf die ich immer geschossen habe die hier alles klar vor allem ich bin so doof ne wir hatten ich hatte die erwähren da habt ihr wahrscheinlich mittlerweile geschrieben ich habe die ja sogar gesehen während der kampagne werden wir hier durch sind aber ich dachte mir die explodieren deswegen habe ich die nie genommen ich hatte ja okay ich habe das in dem moment nicht mit der aufgabe verbunden na gut dann dürfen wir hier auch noch mal nach vier weiteren funkgeräten suchen war noch fünf 55 pfeile können wir insgesamt mitnehmen sehr gut fantastisch also da war ein funkgerät hier hing noch nicht so dürfen doch jetzt theoretisch keine gegner mal großartig kommen hier hing auf alle fälle auch noch als da nummer 286 sind sogar sechs gut da ist noch eins nummer drei von sechs das auch noch 1 4 von 6 das ist ja der offizielle weg gewesen ja moment ach so dass die herausforderung die da angezeigt wird okay gift pilze ich glaube ich kann auch noch mal ein paar pfeile bauen da sind wir damals mal runter gefallen aber ach guck mal hier wäre es gar nicht weiter gegangen ok stimmt hatte ich mich sogar in dem moment gefragt ob man da eventuell hätte auch oben lang gehen können aber das war schon so gedacht dass man so oder so hier runter gemusst hätte hier hatten wir dann die sophia wieder getroffen und mussten ja den weg freisprengen mit den überlebenden und so weiter pilze dürfen wieder genügend dabei sein sehr gut mit dem outfit macht das natürlich um einiges leichter sich da irgendwo durch zu quetschen zumindest ist da nicht so viel gebimmel dran dass die da mal irgendwie hängen bleibt ich hoffe genau da oben aus dem loch hatten wir dann damals mit so einem da hatten wir die explosions pfeile bekommen hier gäbe es auch noch mal ein lagerfeuer ok irgendwo müssten doch dann hoffentlich die gott wie doof doch komm lara ohne scheiß hier ist noch die anderen funkgeräte noch kommen oder nicht oder hängen die da alle schon am anfang rum das glaube ich eigentlich nicht ich dachte die die kommen dann hier noch hier irgendwo da ist auch noch mal ein münz versteckt wir müssen sowieso noch mal alles ablaufen halt ok da war ich gerade einfach zu schnell nicht dass uns das länger beschäftigt als das hauptspiel das sind jetzt warte mal eins zwei drei ich habe sie gerade alle da vier folgen ungefähr eine halbe stunde also zwei stunden sind bisher schon noch mal oben drauf ich hätte gedacht in den zwei höchstens drei stunden hätten wir hier locker alles zusammen aber ich vermute mal da kommt bestimmt noch mal ein paar stunden drauf packst du das ja ne ja easy zack 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 zu zack nach Moment, ich schau mal nach. Hat sich erledigt. Ich lege mich schlafen. So, das hätten wir. Okay, weiter. Ein Funkgerät fehlt nur noch. Ich denke, das kommt auch noch. Hoffe ich. Ja, das ist immer so die Sache. Wenn noch eins fehlt, vermutlich hier vorne irgendwo. Ja. Ob man das dann auch findet. Jawohl. Was? War das? Shit. Das war es das fünfte? Nee. Ich habe gedacht, das wäre das sechste. Habe ich. Aber ich habe doch alle getroffen, oder? Ich bin jetzt felsenfest davon ausgegangen, dass das das sechste war. Shit. Okay, dann fehlt halt doch noch eins. Mist. Hä? Hä? Aber das waren doch schon sechs, oder nicht? Oder habe ich eins einfach nicht? Oder kommt hier doch nochmal eins? Hm. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie es hier weiter ging. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie es hier weiter ging. Wie kam man denn hier weiter? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das macht mich jetzt aber echt stutzig wegen der Funkgeräte. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weiter ging. Oh Gott. Das wird mir da unten ange... Ach hier. Ich bin doof. Aha. Guck mal an. Hier liegt ja auch noch was rum. Oh, ich gehe kaputt, ey. Das gibt es doch nicht. Aber das ist nicht der Weg, wie es hier weiter geht, oder? Doch. Doch, war das hier. Oh, super. Wenigstens was. Das macht mich jetzt wahnsinnig mit dem Funkgerät. Jetzt muss ich das noch... Wir hatten doch... Wir hatten doch schon die sechs. Habe ich eins daneben geschossen, bei dem vorletzten eventuell, ne? Komme ich hier wieder zurück? Geht das? Hier geht es wohl auf einmal, Mrs. Croft. Gut, also weiter hinten glaube ich nicht. Hier fehlt auch noch ein Dokument. Herrlich? Wo? Wo denn? Ein Dokument noch? Ein Dokument. Ein Dokument. Ich habe doch hier schon so gut wie alles entdeckt. Es wird mir auch nicht angezeigt. Es wird mir auch nicht angezeigt. Oder fehlt mir noch dieses Teil, womit mir dann halt wirklich alles angezeigt wird. Hatte ich das hier ein... Aha! Ich werde bekloppt. Das ist ja ein Zufall. Dort hinten. Okay, gut. Da hinten wird mir das... Fehlt mir das eine bloß noch. Aber das Funkgerät macht mir gerade am meisten zu schaffen. Hier oben hing aber nichts, oder? Nee, die hingen alle an den Zelten dran. Da? Ich hatte es nicht erwischt vorhin. Deswegen... Alles klar, ich dachte es mir schon. Und ich bin mir so hundertprozentig sicher, dass wir fünf schon hatten. Gut, okay. Hat sich dieses Mysterium auch erledigt. Muss ich Galileo nicht dafür einschalten. Ist ja auch schon mal was. Wunderbar. Ach ja. Da war ja was. Da war doch was. Wir müssen nochmal... Kann ich nicht mal den Wegweiser setzen. Wir müssen nochmal da hoch das Wandgemälde holen. Äh, dieses Dokument holen. Ach, hier nochmal einen Fähigkeitspunkt. Dann direkt aus dem ersten Fähigkeitsbaum alles erlernt. Wunderbar. So, das holen wir uns noch. Und dann hat es sich für heute erledigt. Bin ich mal gespannt, was da noch drin steht. Ach Gottchen, was für eine Reise wieder mal. Hier ist was los in dem Spiel. Aber okay. So, ja, doch. Wird einem die Spielwelt nochmal so ein bisschen klarer irgendwie, wenn man das dann doch nochmal alles einsammelt. So, kann ich denn jetzt... Ah, jetzt geht's. Und nochmal hier durch. Ich mach ja schon zwischendurch immer mal an, aber bin ich mal gespannt, wo das jetzt rumliegt. Huiiii. Doch, was war das denn? Hier? Da unten? Ach, Quatsch. Hier geht... Ach, Shit. Okay, das habe ich tatsächlich komplett nicht gesehen. Hier geht's runter. Aha, aha, aha. Interessant. Sehr schön. Als die Ritter des Trinity-Ordens von der Wiederauferstehung des Propheten erfuhren, griffen sie erneut an. Aber wir waren mit wahrem Glauben bewaffnet. Sie erwarteten ein Gemetzel an hilflosen Flüchtlingen, sahen sich stattdessen aber eine Armee aus Männern und Frauen gegenüber, die sich wehren würden. Viele starben, aber letztendlich trugen wir den Sieg davon. Wir flohen und ließen das Grab und das Reich hinter uns. Wir zogen monatelang über die Hochebenen und in die eisigen Lande hinter den Grenzen des Reiches. Der Weg war mühsam und viele begannen am Propheten zu zweifeln. Es beschämt mich, dass auch ich es tat. Ich hoffe, er kann mir vergeben. Denn bei Tagesanbruch sahen wir die Wahrheit. Er hat uns in ein Paradies auf Erden gebracht, wo wir neu beginnen können. Gott segne den Propheten, denn er hat uns gerettet. So. Gut. Wunderbar. Dann hätten wir das für heute. War noch mal ein bisschen länger. Aber das war es wert. So, war ja nicht noch irgendwo das Lagerfeuer. War hier hinten noch eins. Äh. War hier hinten noch eins, ja? Ich lasse mal die Hühner in Ruhe. Ich muss noch die Kürbisse irgendwo hinschmeißen. So. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir jetzt geothermales Tal. Ach ja. Stimmt. Ich hatte ja, ich hatte ja, ich hatte ja eigentlich, was anderes vor. Stimmt. Haben wir. Uiuiui. Roll dich mal ab. Oder irgendwie, oder was? Ach, guck mal. Ich gebe bloß noch mal zum Lagerfeuer, um die Sache für heute zu beenden. Gut. Dann war es das für heute von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, für eure Geduld vor allem. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 138-3-3-3-2-3-3-4-5-2-2-3-4-5-1-2-5-2-2-3-4-3-4-4-5-3-4-4-5-3-4-4-4-4-2-7-5-3-4-5-4-4-8-6-4-4. Vielen Dank.